Und ich treff ihn. Ne, ich hätte ihn schon noch getroffen, ich war nicht vorbeigejudged. Ich war nur tot, instant. Oh, die will ein paar Rosa. Nice. Peopled. Komm runter in den Bunker. Die bist du sicher. Ja, die sind ein bisschen nach B weitergelaufen. Ach, da ist der Dude hin. Nein, der ist so los. Oh, da kommen zwei Doter auf meinem Body. Einer mit nur Automatico. 20 HP. Ist jetzt am Eingang. Wie kann es... Alter. Diese Nades immer. Oh, mein Gott. Wie viel kommt er gerade? Leben wäre geil. Einer von euch. Oh, mein Gott. Komm mal mit raus, ich pushe mal vorbei. Nein. Nein. Es kann nicht sein. Nein, 199 Tickets und wir verlieren. Na, hatte ich schon vier, fünfmal. Hinter mir. Oh, was du nicht sagst. Oh, fuck off. Jetzt unten im Bunker. Na, hat er einen Bajonett-George. Medikates anyone? Hab ich. Ach, hörst du was? Bis das Abendessen sind wir nicht raus. Ich glaube, ich liege jetzt bei Montegrappa einfach immer und warte, bis die Welt vorbei ist. Ah, 52, 8, Alter. Bis später. Ciao, ciao. Adios. Ihr nutzt keinen WXP-Boost, oder? Ihr habt ja keins, oder? Im Moment nicht. Ja, ich verwende mal meins gleich, warte. Schön, dass ihr die niemals benutzt, ja. Ich habe keine. Ja, ich meine ja nicht dich. Gerade. Ich habe aber auch schon sieben Stück benutzt, oder sowas. Ja, schon viele. Aber benutzt. Lango hat drei und hat sie nicht benutzt. Was ist hier, bist du in der Lango? Es kommt ein Heavy-Tank. Easy für meine Widerperose. Ich werde die Dinger, glaube ich, alle nutzen, wenn ich Dingsack-Klasse durchmache. Ähm, ich bin Munition-Klasse. Moment mal, Lango, Alter, du kannst da auch spielen? Wieso sagst du nichts? Was? Du kannst nicht mehr bei Brauch spielen, oder was? Ja, ich würde sagen. Was? Es gibt voller Bier. Magst du mal als Magic-Klasse? Neue Satz, mir nix. Ah, hier ist der Heavy-Tank. Ich bin da gekürzt. Lass mal das andere Mal spielen. Wohl zu spielen. Ich spiel morgen vor Honor, gell? Ich habe Zugang bekommen. Ja. Dieses komische Samurai-Spiel, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ich bin sogar mit einer 90-Klasse ziemlich gut. Ich tot schon in Slamship. Slamship. Du bekommst jetzt als... Meine Seite. Ich bekomm jetzt nicht mehr so viel Damage, wenn ich Hero-Klasse bin. Haben sie ja genervt, oder keine Ahnung und was. Ja, aber fucking 999-Tickets, Alter. Naja, egal. Jetzt sie sterben wahrscheinlich nicht genau beide, wenn ich komme. Oh, oh. Ah, busy. Und du hast kein Damage bekommen. Ja, ich weiß nicht. Da wurden überall Nades und irgendwelche Sachen haben mich angezogen. Ich habe sie nicht bekommen. Okay, äh. Mal einen raus. Ich werde eh gleich geneifed-charged, wenn ich dann kicke. Oh! Weck! Was? Wo? Was tust du? Ich habe dann rausgekickt für dem Yes. Du hast gesagt, ich werde gleich geneifed-charged, wenn ich dann kicke. Was? Was ist die Ende der Runde? Ich habe jetzt schon mindestens 20 Leute mit der Villa geholt. Wenn nicht sogar mehr. Wahrscheinlich mehr. Oh mein Gott, ne jetzt. Und Gaskon, Alter. Fuck, fuck. Basti. Wo bist du? Hinter dir, hinter dir. Ich musste Katwende machen. Das ist ein Nate. So ging mir das auch ungefähr. Ich wollte mich mal rechts vorbeipuschen. Links meine ich, nicht rechts. Ich lade mich mal nach. Wir räumen auf. Ja, die sind ein bisschen weit weg für mich. Wird auf der Rosa, Medic, Combo, auf Doom. Alter, das ist so abnormal. Ich verkehrtssicher mache. Ja, ich krieg auch relativ gut. Und auf Nacht. Er hat sie. Ähm. Oh. Der kann mir sogar mal Damage machen. Ausnahmsweise. Guck mal, mit hier rein wieder. Ist wahrscheinlich schlauer. Ah, fuck, ist kaputt. Ja, wir haben so ein Side. Okay, ist down. Warte. Wo? Mit der Scheißwaffe auf Doom gibt der mir halt so extrem. Mit der Standwiege. Nee, gibt's schlechtere. Wieso macht man die rein? Ich hab mit dem Armbrustwerfer grad nen Tank verstört. Er wohnt bis den Armbrustwerfer. Man wirft nen Armbrust. Eifersauger. Also HE Waffe halt. Da kämpft dann unten. Fursioni avante. Nein, er hat sie mir weggeschnappt. Bei welcher Klasse? Bei Sanitäter? Nein, Versorger. Ich sag ja Versorger. Hast du den Medic? Nee, das ist weit weg. Den treff ich niemals. Komm mal in deine Richtung. Oh mein Gott. Nein, ne? Viel Leute. Keine Angst. Medic Bitch ist unterwegs. Juuu. Ich glaub der hat mich abgesehen. Ja, bleib mal in meine Nähe, ich hör gleich sterben. Oh, wait, wait. Echt jetzt. Ich hab ihn beim Eingang. Beim Eingang ist einer losen. Hinter dir ist immer noch einer. Auf der Berg. Ich bin tot. Ey, no comments. Ich hab jetzt 30, 40 wahrscheinlich schon. Na, wenn du ne Medic Bitch hast und nicht an den Panzer löst, dann ist es easy. Ich hatte schon ne 35 mit dem Kack. Das ist ein Ticket, weil ich ne Medic Bitch hatte. Also. Und zurück nach T. vorne links ums Eck ist einer low. Richtung E oder was? Mhm. Ist vielleicht hoch gegangen, ich weiß nicht. Mittlerweile könnte er aber wieder gut helfen. Ja, einer wird nach D hoch. Schließlich nicht anfangen. Oh Gott, Sniper. Danke dem, yes. Junge. Lauf normalerweise. Wirklich perfekt. Immer wenn ich geschossen habe, hat er Richtung gewechselt. Zieh mir, der schreckt mich hierüber, als er von hinten kommt. Mit Knife Charge. Hm, wohin zuerst. Ein D würd ich sagen, ja. Ganz schön viele Leute plötzlich. Nachleinen. Oh Gott, nein. Ich hab Framed. Was geht ab? Die ist einfach in die Luft hoch gegangen. Hat mich gekillt. Kommt einer vor hier. Wenn wir uns nicht mehr beschossen werden. Spawnen. Um rechts, Medic. Nein. Und das Medik jetzt. Medic down. Ich bin bald out of ammo. Nicht so geil. Da ist uns anders. Ja, das darfst jetzt gleich bekämpfen. Ja, muss immer nachladen. Hops. Nein. Alter. Das geht gar nicht klar. Mehmet magst du bitte mit ammo spawnen? Ja, kommen wir sofort. Äh. Wo bin ich? Wo bin ich? Oh mein Gott. Ey. Ja. Einer kommt zu dir rein. Ein Versauger. Es geht gar nicht klar hier grad. Ich hab keine Ahnung. Ich hab fast 100 Kills. Alter. Ich hab fast 100 Kills. Alter. Alter. Teil nochmal. Teil nochmal.